Test 1, 2, 3 Ja, hallo alle Wiedeinander, wir sind in der Bruch heute wieder unterwegs zum Testignal Test 1, 2, 3, 4 Der für solche Touren nehme ich eigentlich am liebsten Komoot, schau, wo gibt es etwas Interessant ist, wie komme ich hin? Und dann geht es schon los. Hier gibt es auf Komoot ein paar Touren. Schauen wir mal, ob sich heute noch eine ausgeht. Links Links Schneider Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein bisschen Schatten ist immer willkommen. Das sieht nett aus. Eine kleine Allee hier. Natürlich verlinke ich euch die Tour unten. Der Komod. Auch der Komod werde ich sie verlinken. Und außerdem habe ich mir ein kleines Angebot ausgedacht. Man muss ja auch von was leben. Ich habe sie in der Beschreibung unten. Ich habe sie in der Videobeschreibung. Ich habe den ersten Link zu audible.de. Kennen Sie das eh. Hörbücher. Ich höre das immer im Zug. Ich kann auch gerne mein aktuelles Hörbuch verlinken unten. Das heißt, from zero to sold. Hier so mein SaaS Startup. Software as a Service. Und dann schreibt halt, wie er das von null auf aufgebaut hat. Und dann verkauft hat. Ja, sicher interessant, wer in dem Bereich unterwegs ist. Ich hoffe, dass ich noch auf andere Hörbücher. Und wenn ihr da das Probehaber abschließt, dann gibt es für mich ein kleines Kickback. Auf der Amazon links unten sind alle so viele Links. Für die GoPro, die Drohne, Zubehör. Ich würde mich interessieren, wie euch der Soundtrack gefallen hat vom ersten Video. Also ich bin ja da relativ neu. Mit diesem Loopen. Und ich kippe es übrigens auch auf Facebook. Da mache ich manchmal so Live-Looping-Sessions. Link natürlich unten. Könntest du mir gerne folgen. Ja, und die Soundtricks zu den Mountainback-Strecken mache ich halt auch selber. Und da ist vielleicht nicht so gepolished wie irgendwelche Stock-Hintergrund-Titel-Lüe-Aufzugsmusik. Aber dafür ist es authentischer. Und ich hoffe natürlich, dass es auch in der Zeit besser wird und professioneller. Gut, ich hoffe, ich finde es wieder interessanter ist an der Strecke. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ich von dir. Musik 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 Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, die Rückfahrten hier sind ein bisschen unspektakulär. Man fährt auf der Straße quasi den ganzen Weg wieder zurück. Das ist eine Musale. Auch ganz bestimmt, hier haben wir angeschaut. So geht es wieder zurück ins Driesdinktal. Ach Gott, das ist steil. Also das haben wir jetzt. Es kommt immer dieses Navigation System Error her. Ich schüttiere Not-Shot-Air-Signal. Aircraft, unable to hover. Fly with Porsche, unable to take off. Da was noch mal. Ich kenne den Knobel hier eigentlich. So, das ist ein bisschen. Ich kenne den Knobel hier. Ich kenne die Knobel hier. Die Knobel hier. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war's jetzt mit dem Video von Bottenstein. Das war das erste von zwei Videos. Das nächste kommt nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. subscriben und auf like klicken wie immer kennt ihr ja und ja sehen uns nächste woche also dann tschüss